Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute einmal mit euch anschauen, wie man sich die aktuellen Inzidenzwerte auf seinem Home Assistant Dashboard anzeigen lassen kann. Ich weiß, das Thema Corona können wir alle schon lange nicht mehr hören, aber immerhin Lockerungen sind in Sicht bzw. sogar schon im Gange. Diese sind aber abhängig von den Inzidenzwerten und diese immer im Auge zu behalten ist mindestens mal lästig. Daher hat es mich echt gefreut, dass auf unserem Discord sich jemand Gedanken gemacht hat, wie kriege ich diese Zahlen denn in Home Assistant abgebildet, hat das Ganze dann auch umgesetzt und mir netterweise zur Verfügung gestellt. An der Stelle vielen Dank nochmal dafür und dieses Ergebnis möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, denn ich denke, das ist für viele von euch interessant und ich würde sagen, das schauen wir uns in diesem Video einmal Schritt für Schritt an, wie wir diese Zahlen jetzt bei uns ins Home Assistant Dashboard bekommen. Das Ganze ist eigentlich nur ein Template Sensor bzw. wenn man die aktuellen Fallzahlen noch dazu haben möchte oder sonstiges, dann halt eben für jeden Wert einen eigenen Template Sensor, den man anlegen muss und die ganzen Werte werden dann geholt aus einer Datenbank von ARKIS.com. Diese Datenbank bietet eine Schnittstelle, über die man gezielt die Daten abfragen kann, auch spezifisch für die eigene Region und insofern lässt sich das Ganze wirklich super einfach in Home Assistant integrieren. Ich würde sagen, ich quatsch auch gar nicht mehr lange rum, nur noch eine kleine Bitte an der Stelle, wenn euch das Video gefällt und weiterhilft, denkt an den Daumen hoch für den lieben YouTube-Algorithmus und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Ja, hier seht ihr jetzt die Homepage von ARKIS Online. Diese bieten eine Software-as-a-Service-Lösung an, mit der ihr eure Daten visualisieren könnt, auswerten könnt, teilen könnt und das Ganze eben über eine Restschnittstelle auch abrufen könnt. Hier unten seht ihr nochmal, ihr könnt hier Maps erstellen aus den Daten, die hinterlegt werden. Ihr könnt die Maps teilen. Dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu analysieren und und und. Darum soll es in diesem Video aber jetzt gar nicht gehen, sondern ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wo die Daten herkommen, die wir in dem Video verwenden und zwar von diesem Anbieter. Ja, und hier seht ihr, gibt es eben auch den Covid-19 Datenhub. Ja, und jetzt haben wir hier eben die Möglichkeit, uns unsere Region rauszusuchen und was uns jetzt interessiert, ist hier diese Objekt-ID GEN und in meinem Fall wäre das Rheinisch-Bergischer Kreis. So, und hier sehen wir jetzt auch verschiedene Daten, die uns eben zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel 11.066 Fälle, 158 Todesfälle. Und wo es uns jetzt drum geht, ist Fälle der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner. Das ist unsere Inzidenzzahl, die wir in Home Assistant einbinden möchten. Dafür bietet arkis.com einen API Explorer an und hier oben rechts sehen wir auch schon unsere Abfrage-URL, mit der wir unsere Daten abrufen können. Wenn man jetzt hier drauf klickt, erhalten wir jetzt hier ein Ergebnis im JSON-Format und dieses können wir dann in Home Assistant auswerten. Das ist jetzt natürlich noch sehr grob. Wir möchten die Daten für unseren bestimmten Bereich. Das heißt, wir gehen noch mal auf die Karte, suchen uns hier unseren GEN-Schlüssel und das war ja bei uns Rheinisch-Bergischer Kreis. Das kopiere ich mir jetzt mal. Gehe wieder in den API Explorer, füge hier mal einen neuen Filter hinzu, wähle dann jetzt hier GEN als Objekt aus und füge dahinter Rheinisch-Bergischer Kreis an. So, wenn ich jetzt hier in dem Feld Enter gedrückt habe, sehen wir, wird hier oben die Abfrage-URL auch aktualisiert. So, und jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit zu sagen, welche Werte uns interessieren und welche nicht. Das heißt, die Werte, die uns nicht interessieren, könnten wir theoretisch hier auch die Haken rausnehmen. Dann werden uns diese eben nicht mit übermittelt. Ich lasse die Haken jetzt einfach mal drin. Und wenn wir jetzt nochmal hier draufklicken, dann sind diese Daten nur noch bezogen auf unsere Region. Das heißt, diese URL, die müssen wir uns jetzt merken. Dafür klicke ich einfach mal auf Inzwischenablage kopieren. Und damit wechseln wir jetzt einmal in unser Home Assistant. Innerhalb unseres Home Assistant gehen wir jetzt mal in den File Editor. Und hier wählen wir jetzt einmal unsere Datei Sensors.yaml. Wenn ihr diese Datei nicht habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch in der Configuration.yaml eintragen. Und zwar unter dem Punkt Sensor. Ich würde euch aber empfehlen, in dem Fall eine Datei Sensors.yaml anzulegen und die Zeile Sensor Doppelpunkt Leertaste Ausrufezeichen include Leertaste Sensors.yaml hinzuzufügen. Denn so sorgt ihr für etwas mehr Übersichtlichkeit, dadurch, dass alle Sensoren in der Datei Sensors.yaml hinterlegt werden. Auf das Aufteilen der Konfiguration möchte ich jetzt hier aber nicht weiter eingehen. Also wir wechseln in die Datei Sensors.yaml und hier erzeugen wir jetzt mal einen neuen Sensor. Und zwar schreiben wir jetzt hier einfach mal Plattform Doppelpunkt Rest. Denn es handelt sich ja um eine Rest-Schnittstelle, die wir abrufen möchten. Diesem Sensor geben wir jetzt einen Namen mit Name Doppelpunkt. Nennen wir ihn mal Corona 100k Landkreis. Dann müssen wir ihm jetzt angeben, wo er die Daten abrufen kann. Das machen wir mit Resource Doppelpunkt. Und hier fügen wir jetzt die URL ein, die wir gerade eben kopiert haben. So, jetzt weiß unser Sensor, wo er die Daten herbekommt. Aber wir erinnern uns, wir bekommen hier dieses große JSON-Objekt zurückgeliefert. Wir möchten aber ja nur einen bestimmten Wert davon haben. Damit er jetzt weiß, welchen Wert genau wir aus diesem großen JSON-Objekt haben wollen, benötigen wir ein Value-Template. Und dieses Value-Template sieht wie folgt aus. Zuerst einmal die doppelten geschweiften Klammern innerhalb der Hochkommas. Dann beginnen wir mit Value-JSON. Aus diesem JSON möchten wir das erste Objekt von Features. Daraus interessiert uns Attributes. Und aus den Attributes möchten wir Cases7-Per-100k. So, und das liefert uns jetzt unseren 7-Tage-Inzidenzwert auf 100.000 Anwohner. Diesen Wert casten wir jetzt noch in einen Float, also eine Fließkommazahl und runden sie auf 0 Nachkommastellen. Und fertig ist unser Sensor für unseren Inzidenzwert. Jetzt geben wir eben nur noch an, wie oft er diesen Sensorwert aktualisieren soll. Das machen wir mit Scan-Intervall. Und hier sagen wir einfach mal 3600 Sekunden. Wir speichern das Ganze und sind fertig. Damit diese Änderungen jetzt übernommen werden, müssen wir Home Assistant einmal neu starten. Das machen wir über Einstellungen, Server-Steuerung. Einmal Konfiguration prüfen. Konfiguration ist in Ordnung, also können wir neu starten. So, Home Assistant wurde neu gestartet. Also gehen wir mal direkt in die Entwicklerwerkzeuge und suchen hier mal nach Corona. Da sehen wir auch direkt Corona 100k Landkreis. Das ist unser gerade angelegter Sensor. Den wählen wir aus und dann sehen wir hier Zustand 29. Also wir haben einen Inzidenzwert von 29 in der eben ausgewählten Region. Den können wir jetzt natürlich auch bei uns im Dashboard anlegen. Dazu gehe ich jetzt einfach mal auf Übersicht. Wähle hier Benutzeroberfläche konfigurieren, lege hier mal eben kurz einen neuen Reiter an, sage Inzidenz, speichern und füge eine neue Karte hinzu. Hier haben wir jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir können das Ganze als Entität nehmen. Das sähe dann so aus. Oder wir können sagen, wir möchten die Sensorkarte verwenden. Wenn man zum Beispiel hier auch die History-Daten als Grafen sehen möchte. Da der Sensor jetzt gerade neu ist, ist hier natürlich eine Linie nur zu sehen. Ansonsten würden wir hier natürlich den Grafen mit steigenden und sinkenden Werten auch angezeigt bekommen. Oder was vielleicht auch ganz interessant ist, ist hier diese grafische Anzeige, wo man hier auch mit Minimum und Maximum den Wert angeben kann. Sagen wir einfach mal Maximum wäre 200. Dann kann man hier, wenn man möchte, zum Beispiel auch noch Schwellwerte definieren. Sagen wir mal, grün ist 0. Ab 30 wird das Ganze gelb. Und rot hätten wir gerne bei allen Werten über, sagen wir einfach mal 100. Wir speichern das Ganze und dann sehen wir jetzt hier, ist unser Sensorwert grün. Um das Ganze jetzt nochmal eben kurz zu testen, gehe ich nochmal in die Entwicklerwerkzeuge, denn hier haben wir ja die Möglichkeit, unseren Wert zu manipulieren. Und ich sage jetzt einfach mal, der Wert des Sensors soll sein 105. Ich setze den Status und wenn wir jetzt nochmal in die Übersicht auf die Inzidenzreiter gehen, dann sehen wir hier bei 105, dann wird die Karte hier auch in rot dargestellt. Oder wenn wir den Wert einfach mal auf 50 setzen, dann ist der Wert hier eben in gelb dargestellt. Ja, so könnt ihr auf jeden Fall eure Inzidenzzahlen ins Dashboard von Home Assistant integrieren. Wenn ihr jetzt noch andere Werte aus diesem Datenhub sehen möchtet, dann seht ihr hier ja die Liste aller zur Verfügung stehenden Felder. Wir haben zum Beispiel jetzt den Wert Cases 7 per 100k gewählt. Wenn ihr jetzt noch die allgemeinen Fälle zum Beispiel sehen möchtet, könntet ihr hier den Wert Cases genauso auswerten. Dazu geht ihr einfach in den File Editor, kopiert den Sensor und tauscht hier einfach nur dieses Attribut aus. Wir machen hier also einfach Cases draus. Dann müssen wir natürlich auch hier noch unseren Namen anpassen. Nennen wir ihn mal Corona Cases. Ich starte nochmal eben neu. Home Assistant ist neu gestartet. Wir gehen wieder in die Übersicht, sagen Karte hinzufügen, wählen jetzt hier noch einmal Sensor, suchen nach Corona, sehen jetzt Corona Cases. Und so haben wir jetzt hier auch die aktuellen Fallzahlen von 11.066 hier in unserer Anzeige. Ja, so viel zum Thema Inzidenzwerte in Home Assistant Anzeigen. Ich hoffe ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, stellt mir diese gerne unten in den Kommentaren oder kommt direkt mal bei uns auf dem Discord vorbei. Auf unserem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Smart Home, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und 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 diskutiert. Wenn euch diese Themen also interessieren, schaut gerne einfach mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt den Kanal, falls noch nicht geschehen und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!